Unterwegs auf dem Wiesnsteig heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Unterwegs auf dem Wiesnsteig heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Könnte das huflattig sein? Ich bin raus, ich weiß es nicht. Mit diesen Bildern verabschieden wir uns von euch heute. Wir wanderten den Wiesensteig der Schwarzwälder Wandersinfonie, haben einen unglaublich abwechslungsreichen und haben einen Wanderweg erlebt. Nette Menschen, wieder mal. Viel Wasser. Viele schöne Aussichten. Und wir hoffen, euch hat das Video gefallen und verabschieden uns von euch. Morgen oder übermorgen geht es auf den Wimmelssteig hier bei der Schwarzwälder Wandersinfonie. Wir freuen uns jetzt schon drauf. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen da für uns. Am liebsten den nach oben. Schaut auch mal auf unserem Blog vorbei. Da werden wir diese Wanderungen auch verbloggen und noch viele weitere Fotos einstellen, weil da sind ja wieder etliche entstanden heute. Seid lieb gegrüßt. Habt einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.